guten morgen heute öffnen wir das türchen nummer zwei und wir spielen rocket league zusammen mit daniel und spike ich wünsche euch viel spaß beim video ist mein kanal du laus bub du hallo begrüßung war schon also ihr habt jetzt eine dreifache begrüßung woher sehe ich was ich habe unten rechts wo die zahl ist und dann glaube ich irgendwas als linker stick ja linker stick reindrücken also l3 ja wer hat das war weiß dass du warum ich wusste ich habe irgendeine anziehungskraft linker stick was reindrücken ooo aber alles im eis zeichen aber ich check nicht was ich machen muss ja dann wenn du wenn der ball in deiner nähe ist dann gefriert er dann bleibt er in der luft stehen manche sagen musst du halt machen wenn der ball da ist also nicht direkt rücken kannst aber auch oder eine war krass gerade ja ja das ist vermies die tragen manchmal den ball da rein ja trotz war beim ja da kommt man rein wie in eine kleine hure ach in die ja wiii nice verdammt lol ich hatte spikes spikes oh nice den hab ich doch fast gemacht ja aber er hat ein item wie wie weitergeleidert das ist eigentlich so unfair manchmal wiii 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 muss ich trotzdem auf spiel kannst du den organizbe got stachel und das auch wiii 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 Ja, kennst du einen? Vielleicht, wenn du gleich einer wirst, dann lerne ich einen kennen. Okay. Meiner! Scheiße! Hast du mir gemopst? Wie ein Hund? Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Das ist gut. Hau du weg! Oh, wo ist denn unser Torwart, ey? Ja, ist halt Wumble in the Jungle. Wumble in the Crumble. Wumble in the Jungle. Welcome to the Jungle. Dachte sich der Friseur, als Ignoti sich auf den Stuhl setzt. Oh, ich habe die Spikes, also ich fahre zu sehen rein zu tragen. Ich eise Ignoti. Nein! Nein! Das war dumm! Eise, die Eis. Ich kann nicht fahren! Ich konnte nicht fahren. Ich glaube, ich stand auf einem. Jeder, den du kennt. Oh, Leek! Es gibt auch Teleportationen. Da tauscht man mit einem die Plätze. Voll mies. Teleporter? Das ist leicht verwirrend. Ne, ich habe nicht mit dem getauscht. Teleporter. Teleporter. Harry. Harry ist die Mutter. Harry. Harry ist Mutter. Ich habe wieder die Spikes, also nach vorne mit dem Ball. Ich habe ihn gerettet. Alter, wie schnell ich bin. Ich habe eine Parade gemacht, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Cool, ich kann doch schnell machen. Hau den Ball nach vorne. Oh, schöner Dribbling. Versuch. Ne. Spikes. Toll. Was ist das? Rocket League Rumble. Ne. Boah. Jetzt kam der Ball nicht da vorne. Immer wenn ich das Ding habe, entweder setze ich das zu früh ein, wenn ich mir ausspare, passiert sowas. Das richtige Timing ist eine schwere Sache. Ich war grundlos schnell. Schnell ohne Grund. Das ist lustig. Das ist schnitt. Oh, die Feuerwehr versaut mir die Aufnahme. Dann hört die nicht. Wenn die Leute nicht später retten. Ha ha ha. Bestimmt eh nur eine Katze. Oh, der hat ein Ding kaputt gemacht. Brennende Katze. Komm mit. Hey, komm mit. Alter. Ich habe keinen Boost. Boah, der Ficker. Wirbelsturm. Was auch immer das bringt. Guter Plassen rein. Ja. Was habe ich getan? Oh, der Bastard. Nein. Doch. Manchmal setze ich zu früh ein, aber der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich habe einen gekickt. Boah. Scheiße. Oh, die führen hier. Bam. Autsch. Aua, aua. Ich bring voll vorbei. Autsch. Autsch. Letzte Gedächtung. Das ist sehr chaotisch. Keine Ahnung, was mir passiert. Kommt sehr selten an den Ball. Hä? Ich habe einfach eins zerstört. Einfach so. Ja, ich auch. Der ist so nice. Ey, ich wurde zerstört. Einfach so. Sag ich ja. Oh, der Bastard. Nein. Ah, das ist so nice gemacht. Hast du das gemacht? Ja, ja. Wenn man sich da mal auskennt. Der Hekt. Das hätte ich gerne so im echten Spiel. Achso, ich dachte im echten Leben. Im echten Leben hätte ich das auch gerne. Nennt mich Vulve Bean. Verdammt. Vulve Bean. Warum kommst du aus Wien? Spiegel! Meiner! Na gut, direkt mal eine Packung, Biggerman. Ich glaube, ich bin bester im Team. Ja. Ich... Geht. Zeig nur, dass du nicht... Hab ja auch den höchsten Rang von uns allen hier. Das stimmt. Du bist ein Pro. Ja. Peckt. Du bist ein Wichs. Sehr. Du bist Arschler. Hab ich dich gerade weggehauen? Nee. Ja, ich glaube, man kann nur eigene... Äh, Argegner. Ich glaube, das schaffst du nicht. Doch. Wollen wir vielleicht den weihnachtlichen Gedanken jetzt mal noch eine Runde gewinnen hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Einfach christlich gedacht. Für die wegfizten. Fizten? Wegfizten. Oh, okay. Ich habe, glaube ich, gerade voll dumm gelacht oder irgendwie. Ja, nix mehr. Ja. Wegfizt. Soll ich das... Ich erkläre das. Ich wollte eigentlich wegficken sagen. Dann dachte ich, das wäre wie ein Weihnachtsvideo zu krass. Dann habe ich gedacht, Fizten ist okay. Alles klar. Hier darf man alles sagen. Ja. Nee, das geht jetzt zu weit. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid, dass der Günther kommt und einen Sack bei hat, aber nur ein, weil der andere ist ab, wie bei dem Lance Armstrong. Tada. Ja. Das wollte ich eigentlich wegschneiden, aber... Pfff. Ich muss dich planieren. Hä? Hä? Ich rutsche runter. Das ist jetzt als Intro. Ich rutsche. Ich rutsche. Ich rutsche auch. Achso, es geht schon los. Also das Tor oben. Ja, die Mäcke auch geil. Haben wir auch gespielt, so. Ist ja keine offizielle Mäcke. Nee, nee, ist extra so Wumble. Aber jetzt keiner kommt rein. Ah. Außer der Snipper Knoppers. Und der Dark Devil. Und der Zillardine. Kuiper Darkos. Oh, ja, der... Ja. In diesem Sinne, so eine Grüße. Vielleicht guckt er ja. Jetzt. Hashtag Doppelkant. Vielleicht. Arm. Oh, ja, schön. Oh, das ist aber eine knackige... Knackige Map. Dieser dumme Einsatz. Aua! Soll, Günther. Einfach ins Vorfahren. Wie lollig. Lollig wie ein Lollipop. Wo ist denn? Spike lau noch drauf. Geräusch, halt. Nice, ist toll. Habe ich gut gemacht, oder? Dann kann er doch was denken. Oh, geht. Meiner. Ja, nice. Okay. Fuck, ich bin der Bestest. Ich bin in der Kamera. Da ist der schnellste, der, wo vorne anfängt. Ist so etwas anderes. Was macht der da? Was macht der da? Ey. Ah, ne, doch nicht. Leut. Einfach nur schlau gemacht von mir. Wir brauchen keine Items. Da kommt das Rumble ja richtig zum Vorschein. Ja, ne? Schau, kurz zu der Kamera. Das ist viel dicker. Wo ist er? Du Lügner. Ne, doch nicht. Die Kamera ist verfugst. Auch wirklich. Ich mach mal nicht so schnell ein Tor jetzt. Sag das denen. Ups. Hier wird's stürmen. Es wird windig. Aua. Okay. Wendy. Ah. Da haben sie sich ja echt was tolles ausgedacht, die Jungs von Rocket Leech. Oh, ich hab Dings. Oder soll ich eher sagen Rocket Leech? Oh, ne, bitte nicht. Mein Magnet ist stärker. Nein. Von allen anderen. Ich hab ne Vorlage. Was für Vorlage? Ich bin Magnetilo. Wie heißt der Magneton? Ich bin Magnet-Man. Magneto. Magneto? Magneto. Der von den X-Men. Ja, ja. Magneto, glaub ich. Ich bin Money Magneti. Money Brotmann? Mit Magneti. Winn. Nein. Das ist die Mehrzahl von Magneten. Nein. Ah ja. Magnet. Gefroren. Da wie Michael Jackson sagen würde, Magneti. Magneti. Da hast du, glaub ich, noch nie Michael Jackson imitiert. Also, nicht, dass ich wüsste. Schmaul. Ah doch, ja doch, das hast du schon gefallen. Der war, äh, der war ne Zeit lang, war der in. Nach der South Park Folge. Haben sie so ein Spaß. Ah ja, stimmt. Die gibt's auch. Hätt ich? Oh, das war ja nett von dem. Das war ja laut. Es passiert was. Hast du mir gerade mein Lachen verarscht? Manche lache ich echt so schwul und erbewusst. Es ist ja Weihnachten. Da darf man schwul sein. Das heißt doch, liebe dein Nächsten. Mein Nächster ist gerade in meinem Ohr. Und meine Nächste, besser gesagt, heißt du, ich liebe deine Nächste. Ne. ich drück manchmal einfach man kickt einfach andere spieler mit dem riefen alter die ich mein humor kommt daher das heißt der klebt ich habe dir weg im box darf ich ist mein video kleiner mobster ich habe vielleicht gedacht dass er vielleicht ihn verliert ich habe kein vertrauen in spekel der ist zu viel kräftige gerade ziemlich spik ich habe das mitgekriegt er steht die kauf der kauf noch ich habe spikes und von vorne alter ich bin der magnet man ich hab dumm gedrückt klopfen oder penner ja alles was ich berühre explodiert ja lustig und weggeborgs komm wieder herr komm to me ich bin ja schon so gespannt auf mein nächstes item ich bin zu schnell ich bin zu schnell und ein falscher moment sorry oh nein vorbeigefahren nur noch 30 sekunden komm her jetzt nein er lacht noch der geht rein ja mit hilfe mir er was sie gemacht alter ich habe sie gesteckt dank bier dank bier eiskaltem bier dank mir es ist mir kann sein dass das spiel länger geht gefühl dort zehn minuten aber wir die ganze zeit tobe machen das stimmt brasilien guck mal geil alle truss ich bin nur zweiter aber vor da oder geht doch Nein! Schade! Ich habe gerade ein bisschen voll geschrien. Gerade ein bisschen voll geschrien. Huiiii! 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 Yeah, mich sieht man auch. Halb. Ich bin gar nicht gut gewesen. Du hast heute toll gemacht. Ja, ich war geht so. Ist nicht weihnachtlich. Ich bin besser alle gleiche Punkte.